Warum denkst du sowas? Nenne es meinen Namen. Du wirst einen Feind töten. Traust du dich nicht, das zu denken? Du musst stolz sein. Hofe, aus! Ich hatte die letzten Tage ein komisches Gefühl. Bin mir. Ruf nicht mehr an. Habi! Du warst ein Mittag, die halt, bevor sie dir das Hirn akutiert hat. Wenn die eigene Familie sich zwischen den Gläubigen und den Allgewaltigen drängt, dann muss man sie beiseite schieben. Wir verteidigen uns nur und wir müssen ein Zeichen setzen, damit alle sehen, dass man nicht ungestraft die bekämpft, die wahren Glauben sind. Wir werden eine Aktion durchführen. Woran hast du gedacht? Wir werden einen Feind töten. Amit, stell dir einfach vor, sie sind nackt. Ich war weich. Ich habe mich hart gemacht. Ich habe mir abgetötet, was abgetötet werden muss. Ich war mir abgetötet, was abgetötet werden muss.